Die Kanone ist mal was, wo kein Mythos zu dekonstruieren ist. Da gibt es keine falsche oder irreleitende Erzählung. Sie stellte einen enormen Durchbruch in Fragen von Durchschlag, Präzision und Reichweite dar, sowohl von der 8.856 des Tigers als auch von der 7.570 des Panthers. Auf den ersten Blick wirkt der Tiger B für die meisten Leute wie ein übergroßer Panther. Und diese Einschätzung ist im Prinzip auch gar nicht falsch. Drängt sich auch ziemlich auf. Die schräg gestellte Frontpanzung ist ja aus den selben Erfahrungen entsprungen wie die des Panthers. Die schräge Motorheckwand ist vom Panther direkt übernommen worden. In der Tat ähnelte der Tiger B dem Panther so sehr, speziell mit dem frühen Turm, dass die Westalliierten ihn nach der ersten Begegnung in einigen Berichtungen anfangs Pantiger nannten, also ein Kofferwort aus Panther und Tiger zusammengebaut haben. Sie haben also die Zusammenführung der beiden Stränge sofort richtig erkannt. Insofern offenbar kein großes Geheimnis. Der Panther wurde in seiner Formgebung unter anderem vom T-34 beeinflusst und wird optisch mit ihm verglichen. Das macht man seltener, weil der Tiger II so viel größer ist als der T-34. Aber wenn man diesen Zwischenschritt mal rauslässt und die nebeneinander stellt, was man ja gerade digital sehr leicht machen kann, dann ist es schon aufschlussreich, wie gleich die Formgebung hier ist. Damit meine ich jetzt nicht, dass es kopiert wurde, sondern dass gleiche Probleme und gleiche Kenntnisse über Ballistik usw. zu gleichen Lösungen führen. Was einem gleich auffällt beim Tiger und beim Panther ist jetzt die Verzapfung der Frontpanzerplatten oder die Verzahnung der Frontpanzerplatten, die bei beiden ähnlich war, aber nicht genau gleich. Die deutschen Ingenieure und Militärs haben sich lange dagegen gestreubt, Panzerplatten schräg gestellt miteinander zu verschweißen. Und das hatte auch gute Gründe. Das war nicht nur einfach Konservativismus. Um Rolf Filmes mal zu zitieren, Zitat, Die Kastenbauweise der Deutschen hatte zwar ihre eigenen Schwächen, weil sie senkrechte Platten präsentierte und Verschraubungen hatte. Aber immerhin konnten sich die Frontpanzerplatten immer auf die senkrechten Platten dahinter abstützen, wenn sie getroffen wurden. Das war ein erprobtes System. Da nun aber schräg gestellte Panzerungen notwendig wurden, nutzte man dabei wenigstens das Prinzip des Verzapfens oder des Verzahnens. Und dabei griffen die Platten ja ineinander und konnten sich gegenseitig aufeinander abstützen. Beim Panther waren diese Zapfen übrigens noch deutlich verschieden lang. Der Tiger hatte zur besseren Lastverteilung gleich breite Zapfen. Und so kann man bei schwierigen Fotos die beiden Fahrzeuge manchmal auseinanderhalten, wenn sonst irgendwie der Rest verschwommen ist oder vom Licht unklar ist. Um die dafür nötigen komplexen Schnitte hinzubekommen, man musste ja so ums Eck schneiden, war ein wichtiger Fortschritt notwendig gewesen. Diese Platten wurden nicht mehr wie früher mechanisch geschnitten, sondern immer mehr mit autogenem Brennschneiden, mit Acetylen oder mit Leuchtgas. Das bedeutete eine enorme Zeitersparnis von bis zu 90 Prozent pro Arbeitsschritt. 90 Prozent. Für die Zeitgenossen muss das gewesen sein, als würde man plötzlich durch Butter schneiden. Das war ein wesentlicher kleiner Fortschritt mit großen Auswirkungen in der deutschen Panzerproduktion, der bis heute ganz oft übersehen wird, weil er so neben sich nicht scheint. Der Panzerungsfachmann der Wehrmacht, Rau, schrieb nach dem Krieg, erst dieses Verfahren habe, Zitat, die für diesen Krieg beachtliche Lieferleistungen der deutschen Industrie an deutschen Panzerfahrzeugen ermöglicht. Ohne Anwendung der Brennschneidetechnik wäre ein unermesslicher Maschinenpark und ein nicht zu bewältigender Arbeitsaufwand ein nicht zu bewältigendes Hindernis gewesen. Zitat Ende. Auch wenn Rauswerk in vieler Hinsicht eine Rechtfertigungsschrift ist, liest sich ganz interessant, die Probleme sehr stark ausblendet oder vereinfacht, so hat er hier zumindest völlig recht, wie in vielen technischen Fragen. Die Platten selber waren allerdings weiterhin ein Problem, ganz besonders die enorm dicke Frontpanzerplatte mit 150 mm Stärke. Diese Panzerstahlplatten mussten erstmal gehärtet und dann angelassen werden, um die richtige Mischung aus Härte und Zähigkeit zu erhalten, die wichtig ist für eine Panzerplatte. Das können wir jetzt nicht im Detail ausführen, da machen wir eine eigene Serie zu, aber dabei soll es erstmal bleiben. Chemie.de erklärt uns das Härten als ein Verfahren, Zitat, aus einem Erwärmen bis zu einer werkstoffabhängigen Temperatur, dem Aufrechterhalten der Temperatur der Werkstücke und abschließendem raschen Abkühlen, Abschrecken, unter Beachtung der kritischen Abkühlgeschwindigkeit. Zitat Ende. Also, heiß machen, heiß lassen und dann abschrecken. Als Abschreckmedium können dabei übrigens ganz verschiedene Stoffe dienen. Wasser ist natürlich naheliegend, das ist das, was uns Laien als erstes im Kopf kommt. Es gehen aber auch verschiedene Öle, es gehen Salzbäder, Luft oder ganz bestimmte Gase. Für Panzerplatten mit mehr als 100 mm Dicke konnte man damals jedoch aus technischen Gründen nur Wasser benutzen als Abschreckmedium. Andere Sachen haben noch nicht funktioniert. Das erforderte aber sehr kompetente Facharbeiter, und ja, in dem Fall nur Männer, weil die Potenz des Wassers als Abschreckmittel ein zu schnelles Abkühlen bedingt hätte, wenn man nicht aufgepasst hat. Was die räumliche Struktur der Eisenatome auf ungewollte Weise verzehrt hätte. Also dann hätte man schlecht abgeschreckt, man hätte es schlecht gemacht. Und dadurch kommt es zu Verformung und zu unerwünschten Eigenschaften wie Sprödigkeit. Und die teilweise drastisch sinkende Erfahrung oder die fehlende Erfahrung in der Belegschaft, die fehlende Fachkenntnis der Arbeiter bedingte solche Fehler in der Kriegsendphase zunehmend, weil einfach nicht mehr die Fachleute da waren, die das so konnten. Mit anderen Worten, das Abschrecken der dicken Platten während des Herzens war ein kritischer Moment, der besondere Fachkenntnis und besondere Erfahrungen verlangte. Und genau diese fehlte in der Phase, als der Königstiger dann in die Produktion ging, zunehmend. Das war einer der vielen Gründe, warum die mächtigen Panzerplatten des Königstigers oft nicht die Leistung brachten, die sie hätten bringen sollen. In einem nächsten Schritt wird der Stahl wie gesagt angelassen. Denn, wie Chemie.de uns jetzt weiter erklärt, Zitat, In diesem nur abgeschreckten Zustand ist der Stahl sehr hart und spröde und für technische Verwendung nicht brauchbar. Der Zustand wird sehr treffend mit glashart bezeichnet. In einem zweiten Schritt, dem sogenannten Anlassen oder auch Tempern genannt, wird die Härte reduziert und die gewünschten Gebrauchseigenschaften, Härte, Zugfestigkeit und Zähigkeit des Stahls eingestellt. Dabei wird der Stahl je nach Legierungsanteilen und gewünschten Eigenschaften nochmals erwärmt. Zitat Ende. Nochmal auf das Zusammenspiel von Härte, Zug- und Druckfestigkeiten und Zähigkeit bei Panzerstahl können wir jetzt nicht eingehen. Das würde uns viel zu weit führen, da gibt es bald eine eigene Reihe zu. Wichtig für uns ist jetzt, das Anlassen war auch essenziell. Es musste gemacht werden, wenn die Panzerplatten nicht bei jedem Treffer zersplittern, zerbrechen, zerbersten sollten wie Glas. Bei diesem Schritt gab es aber wieder eine Gefahr. Kerschens Stahllexikon erklärt uns, was bei diesem Arbeitsschritt schief gehen kann. Zitat. Um möglichst spannungsarme Bauteile zu erzielen, werden diese von der Anlasstemperatur möglichst langsam abgekühlt. Mangan, Chrom, Chrommangan und Chromnickelstähle neigen dann jedoch zur Anlassversprüdung. Bei Anlasstemperaturen zwischen 425 und 525 Grad Celsius, nach langzeitigem Halten und oder langsamer Abkühlung, verringert sich die Zähigkeit spürbar. Abhilfe verschafft ein beschleunigtes Abkühlen von der Anlasstemperatur. Da dieses oft jedoch nicht praktikabel ist, empfiehlt sich das Zulegieren von Molybden oder Wolfram. Zitat Ende. Also, auch bei diesem Schritt, dem Anlassen, kann wieder handwerkliche Fehler passieren. Die Panzerplatte kann dadurch zu spröde werden. Sie kann wieder bei Beschuss zu leicht zersplittern, zerbersten. Wenn Fachwissen und Erfahrung fehlten, hätte man, wie gerade gehört, das Problem mit Legierung lösen können. Aber genau diese Stoffe fehlten wieder. Wolfram war schon immer klar, das war im deutschen Reich immer ein Problem gewesen. Molybden wird es ausgerechnet in der Zeit, als der Königstiger in Produktion geht. Nur 1944 enden Molybden-Lieferungen aus Japan und aus Finnland. Und die Knabenmine in Norwegen versiegt durch alliierte Bombenangriffe. Kann nicht mehr produzieren. Der Anteil des Molybdens im Panzerstahl sinkt von 0,55% auf 0,25% und weniger. Das ist immer noch besser als nichts, aber nicht mehr wirklich genug. Die Panzerplatten des Königstigers waren also oft beim Härten und oder beim Anlassen mangelhaft vergütet worden. Sie waren weiterhin sehr hart, das ist nicht die Frage. Sie konnten also weiterhin dem Eindringen von Fremdkörpern in das Material widerstehen. Die Härte war da. Aber wenn das Eindringen geschah, dann fehlten den Platten oft die Eigenschaften, die die Katastrophe verhinderten, dass das Ding komplett zerstört wird. Sie hatten erstens zu wenig Zugfestigkeit, also die Fähigkeit sich erstmal auszudehnen und zu verformen, bevor gerissen wird, zu verformen, zu verdünnen, bevor es reißt oder bricht. Und es fehlte an Zähigkeit, also es fehlte die Widerstandsfähigkeit gegen weitere Rissausbreitungen oder einen großflächigen Bruch, wenn Härte und Festigkeit denn mit einem Durchschlag überwunden wurden. Bedeutet, wenn durch diese Platten ein Treffer gingen, dann mit katastrophalen Folgen. Die Platten waren so spröde, dass sie eben leicht ganz zerbrachen oder zersplitterten, wenn ein Geschoss die Härte der Platte überwunden hatte. Als dritter Problempunkt in der Produktion stellte sich das Schweißen selbst dar. Die Zapftechnik war logisch, aber die Ausführung des Ganzen war eine Herausforderung. Das deutsche Schweißverfahren mit dem schönen Namen, Zitat, Elektroschmelzschweißen mit austenitischen und feritischen Zusatzträten, Zitat Ende, hat ganz eigene Probleme bereitet. Rolf Helmes schreibt dazu, Zitat, Stähle mit höherem Kohlenstoffgehalt, größer 0,22 Prozent, erfordern aufwendige thermische Behandlung der Schweißnahtbereiche oder die Zugabe von anderen Legierungselementen, wie zum Beispiel Molybden, um eine Aufwertung und damit die Gefahr einer späteren Rissbildung zu vermeiden, Zitat Ende. Und Molybden war, wie gerade ausgeführt, ja nicht mehr genug da. Gleichzeitig sank der Ausbildungs- und Fähigkeitsgrad auch der schweißenden Arbeiter 1944 und 1945 immer weiter ab. Anfangs taten 30 bis 40 Prozent der Fälle Schweißfehler auf, in Form von Rissen bis zu 40 Zentimeter. Später mit verbesserten Elektroden waren es immer noch 10 bis 20 Prozent solcher Fehler mit riesigen Rissen. Also trotz aller deutschen Perfektion waren die Schweißnähte eben nicht von besonders hoher Qualität, sondern mit Lücken, Hohlräumen, Rissen und Flicken. Dies machte aber die Punkte zu besonderen ballistischen Schwachstellen. Sie waren es ohnehin, wie uns Herr Helmes erklärt hat, sie waren es in der schlechten Ausführung noch mehr. Da war dann nicht mal mehr ein Treffer direkt auf diesen Punkt nötig. Die Kraftübertragung durch die Platten konnte Schweißnähte auch dann platzen lassen, wenn das Geschoss woanders auf der Platte aufgeschlagen ist. Ein alliierter Bericht gibt dazu Dr. Wasmat wieder, den Chef der Qualitätskontrolle bei DHHV Dortmund, einem wichtigen Tiger II Produktionsbetrieb. Und der sagte ganz offen, dass die höchste Qualität in der Produktion nicht mehr als notwendig betrachtet worden sei. Das war nicht der Punkt. Also unsere Idee, dass das hier Perfektion vorherrschte, war zeitgenössisch nicht gegeben. Im Gegenteil, sagte er, in der Kriegsendphase sei es nur noch um Ausstoßzahlen gegeben. Das ist ja ein Bild, das wir eher mit der sowjetischen Panzerindustrie verbinden, die aber für die Königstigerzeit für dieses Fahrzeug gilt. Die beschriebenen Probleme gelten natürlich für alle deutschen Panzer dieser Zeit mehr oder weniger. Aber nur beim Königstiger sind sie ein essentienter Teil seines Wesens, weil dieses Fahrzeug ausschließlich in dieser Situation von Mangel und Fähigkeiten gebaut wurde. Und deswegen betrifft es dieses Fahrzeug in seiner Gesamtheit. Und weil seine technischen Eigenschaften, seine technischen Extreme auch die Probleme nochmal auf die Spitze getrieben haben. Und diese Tatsache ist umso verblüffender, als dass der Königstiger ja in vielen Erzählungen als Kronzeuge und Extrembeispiele des Gedankens Qualität statt Quantität herhalten muss. Und nun stellt sich raus, dass der Königstiger weder das eine noch das andere wirklich verwirklicht hat. Der Turm. Mein Gott, der Turm. Also, die Königstiger sind im Einsatz mit zwei verschiedenen Türmen unterwegs gewesen. Rund 50 Königstiger hatten einen sehr elegant gerundeten Turm. Rund 440 hatten diesen deutlich kantigeren, eckigeren Turm, den wir auch in der Ausstellung haben. Der elegantere, gerundete Turm wird oft der Porsche-Turm genannt. Aber das ist falsch. Wie kam es zu den zwei Türmen und dem Nicht-Porsche-Turm vor allen Dingen? Grundsätzlich muss erstmal klar sein, dass alle Tiger-Türme von Krupp entwickelt und gestaltet wurden. Sowohl für den Tiger I als auch für den Tiger II. Deswegen fuhren der Porsche-Prototyp als auch der Henschel-Prototyp des Tiger I mit dem gleichen Turm rum. Weil Krupp eben den Teilauftrag für den Turm ergattert hatte. Egal wer nachher den Gesamtauftrag bekommen würde, egal wer das Chassis-Design hätte. Beim Tiger II war die Lage ebenso. Krupp hat den Turm des Tiger II entwickelt. Und zwar beide Versionen. Der elegantere Turm war dabei ein erster Entwurf. Und ja, der wäre in den Porsche II Tiger gekommen oder er wäre in den Henschel Tiger II gekommen. Je nachdem, wer den Wettbewerb gewonnen hätte. Er wäre der Tiger II-Turm gewesen von Krupp. Der einzige Unterschied zwischen beiden Turmen wäre gewesen, der Porsche-Turm sollte sich elektrisch drehen und der Henschel-Turm hydraulisch. Aber das war ein internes Merkmal. Das hat mit der Form nichts zu tun. Nun stellte sich aber heraus, relativ früh, dass der Turm zwar hervorragend aussah, aber entscheidende technische Probleme hatte. Die Form, die vom Panther inspiriert sein könnte, das wissen wir nicht so genau, aber letztlich auch sehr eigen war, wurde wie geplant durch die Rundung nur ein sehr kleines Ziel und runde Flächen, wo Sachen abgleiten konnten. Aber genau diese Rundung konnte genau wie beim Panther die Geschosse auch in den Turmdrehkranz nach unten oder ganz runter in die Wanne ableiten. Die Konstruktion des Turms, die Produktion, war zudem relativ aufwendig, weil die gerundeten Panzerplatten und deren Verarbeitung relativ viel Arbeitseinsatz erforderten. Deswegen, wegen der Gefahren und des Aufwandes, gestaltete Krupp den Turm noch einmal um, bevor der Turm für die Serienproduktion freigegeben wurde, bevor die Serienproduktion begann. Die vordere Platte wurde gerade gestaltet, wesentlich dicker. Die Seitenwände bestanden nun aus geraden Panzerplatten, die weniger steil verbaut wurden, sodass mehr Munition eingebracht werden konnte. Also, man sieht den ersten Entwurf, findet ihn nicht gut und baut ihn auf dem Papier dann um. Und damit hätte die frühere Version eigentlich in Vergessenheit geraten können und sollen. Denn wie so viele Bauteile dies in der Entwicklung der deutschen Panzer gegeben hätte, hätte er kurz auf dem Papier bestanden, wäre dann überholt gewesen und für den Papierkorb gewesen. Also, eine reine Entwicklungsstufe einfach nur. Aber Porsche hatte, ähnlich wie beim Tiger 1, etwas sehr forsch schon früh die Produktion einiger Exemplare starten lassen. Porsche wollte, dass Türme bereitstehen für sein Fahrzeug, von dem er mal wieder sicher war, dass es gebaut werden würde. Und das waren noch die frühen Türme, weil die vereinfachte Version von Krupp, zu dem Zeitpunkt als Porsche gesagt hat, bau mir welche, noch nicht fertig war. Als Porsche dann später aus dem Wettbewerb flog, waren dann diese 50 Türme da. Diese 50 Krupp-Türme, die von Porsche nur gestellt waren, die waren über. Und man entschloss sich dann natürlich, diese aufwändig produzierten existenten 50 Türme einzubauen. Alles andere wäre eine massive Verschwendung gewesen. Also, weil diese Türme, die von Krupp entwickelt und gestaltet worden waren und die dann später verbaut worden sind, von Porsche beauftragt wurden, hat sich so ein bisschen dieser Begriff des Porsche-Turms etabliert. Eigentlich müsste es sein, der von Porsche gekaufte Turm. Richtiger wäre der veraltete Turm, der frühe Turm, der Entwicklungsturm, der Vorserienturm, der zu früh produzierte Turm. Das wären die Namen, die für den Porsche-Turm richtig wären. Am Turm selber ist einiges Spannendes zu erkennen. Grundsätzlich folgte Turm dem Drei-Mann-Layout, was der Wehrmacht seit der deutsch-sowjetischen Kooperation in Kama in den frühen 1930er Jahren zur Verfügung stand. Und das ja ein entscheidender Schlüssel für die Erfolge der Panzerwaffe gewesen ist. Der Drei-Mann-Turm ist eine der wichtigsten Erfindungen des deutschen Panzerbaus. Der Kommandant und der Richtschütze saßen in Fahrtrichtung links der Kanone. Der Ladeschütze arbeitete rechts davon. Diese Kanone ist übrigens nicht ganz in der Mitte verbaut, sondern drei Zentimeter nach rechts versetzt. Wenn man das einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr nicht sehen. Es hat konstruktive Gründe. Der Turm selber, also der Serienturm, wiegt rund 13,5 Tonnen, was das Gewicht von genau 2,5 Panzer 1 ist. Die deutliche Schräge des Dachs dient dazu, natürlich einerseits senkrechte Flächen zu vermeiden und das Blindfeld des Kommandanten zu minimieren, also das, wo er nichts sieht, weil der Panzer im Weg ist. Dennoch betrog diese Zone nach vorne 11 Meter, zur anderen Seite mehr und zur schlechtesten Seite, gerade nach rechts, 25 Meter. Also es waren 25 Meter nach rechts, wo der Kommandant nichts sehen konnte, weil da einfach Panzer im Weg war und der Winkel so schlecht war. Die Kommandantenkuppel hatte Steckhalterungen für ein Regendach. Also bitte keine dummen Sprüchen mehr, wenn im Netz wieder Fotos von Panzern rumgehen, wo die Besatzungen irgendwie Sonnen- oder Regenschirm draufgestellt haben. Der Königstiger hatte dafür eine Halterung, die es ermöglichte, dass der Kommandant auch bei schlechtem Wetter mit Kopfüberluke beobachten und Entscheidungen treffen konnte. Der Turm drehte sich abhängig von den Motorumdrehungen zwischen 140 und 20 Sekunden, je nachdem, wie viel der Motor gepowert hat. Aber ein Turm soll ja im Gefecht nicht wie ein Kreisel rotieren, deswegen ist diese Kennzahl eigentlich Quatsch. Viel wichtiger ist die Frage, wie viel braucht er für eine Vierteldrehung, das ist die wichtigste Kennzahl. Und der Turm brauchte zwischen 35 und 5 Sekunden für eine Vierteldrehung, was für ein echtes Gefecht eben entscheidend ist. Das ist gar nicht so schlecht. Die Feinjustierung wurde am Ende dann ohnehin per Handrad gemacht und eine Drehung ergab eine Bewegung um einen halben Grad. Die verbaute Kanone, die 8-8 lang, war wie gesagt der Daseinsgrund des Panzers. Aber um was für eine Kanone handelt es sich eigentlich? Wir hatten die Debatte um die Kanone im Detail ja verlassen, als noch unklar war, welches Modell überhaupt verbaut werden sollte. Rheinmetall hatte sich ja verlassen in dem Wettbewerb auf die existente 8,8 cm Flak 41 mit 74 Kaliberlängen. Vermutlich in der Annahme, dass die Ingenieure bei Krupp schon irgendwie einen Turm drum herum bauen würden. Aber Krupp machte sich plötzlich selber mehr Arbeit und designt selbst eine völlig neue, überlange 8,8 cm Kanone. Und diese ist im schießtechnischen Kern wesentlich mit dem Konkurrenzmodell, macht dasselbe. Aber die Krupp-Ausführung ist im Detail speziell auf den Panzereinsatz abgestimmt. Was Präzision und Durchschlagskraft angeht, sind beide Geschütze völlig vergleichbar. Da gibt es keine großen Unterschiede. Aber die Krupp-Kanone hatte eine ganze Reihe von panzerspezifischen Vorteilen mitgebracht. Erstens, sie erreichte die gleiche Leistung mit einem fast 30 cm kürzeren Rohr. Was in unübersichtlichem Gelände ein wirklicher Vorteil ist. Je kompakter der Panzer, desto besser. Da macht jeder Zentimeter was aus. Zweitens, sie lieferte eine Mündungsbremse mit. Was den Rücklauf des Rohres beim Schuss reduzierte und erlaubte, den Turm kleiner zu gestalten. Was bedeutete, dass er weniger Trefferfläche bot? Drittens, sie hatte kürzere und dickere Zylinder für den Rohrrücklauf, also das, was das Rohr dann wieder nach vorne schiebt nach dem Schuss, die im Panzerturm platzspanner zu verbauen waren und so ebenfalls dazu beitrugen, dass die Silhouette des Panzers verkleinert wurde. Viertens, sie hatte ein Pulvergas-Ausblas-System, das die Besatzung geschützt hat, weil es die Gase des Schusses daran hinderte, in den Kampfraum zurückzuziehen und dort die Lungen der Besatzung zu belasten und auch damit die Besatzung weniger kampflich zu machen. Und letztens abschließend wurden dickere, aber kürzere Hülsen entwickelt, die im engen Raum des Turmes viel besser für den Ladeschützen zu handhaben waren. Und das alles führte dazu, dass die Kanone bei gleichen Schießleistungen viel besser in einen Panzer einzubauen war, als die Flak 41 von Rheinmetall. Denn beim Bau einer Flak, die ja dafür gedacht ist, auf freiem Feld zu stehen, muss all das nicht bedacht werden. Die Flak wird aufgebaut und steht dann im Freien und da ist die Rohrlänge egal, weil das Rohr ja nach oben zeigt oder auf dem Marsch in Lafettenachse ausgerichtet ist. Also das stört nicht, man fährt damit nicht durchs Gelände. Die Mündungsbremse war nicht nötig, weil das Rohr ja so weit zurücklaufen konnte, wie es halt nötig war. Da hat man die Lafette eben entsprechend angepasst. Man war ja eben fein, man hatte den Raum zur Verfügung. Aus der gleichen Logik waren auch die Zylinder raumgreifender gestaltet, weil das Baulicht einfacher zu lösen war, weil man das schon immer so gemacht hatte und weil das draußen ja gar kein Problem war. Und auch die Pulvergase des Schusses waren natürlich beim offenen Kampfstand mit Durchzug kein Problem. So, daher erhielt Krupp den Zuschlag für die Kanone. Die für den Panzerbau optimierte Kanone wurde nun als 8,8 cm KWK 43 L 71 eingeführt. Also als die Kampfwagenkanone des Jahres 43 im Kaliber 8,8 mit einer Rohrlänge von 71 Kalibern, also 6,25 Metern. Schon bei den Zeitgenossen damals, auch in der Presse, hielt sich die Erzählung, es sei eine umgebaute Flak. Und das wurde sogar in der Propaganda verbreitet, als Beleg dafür, dass es eine sehr verlässliche Waffe sei, die sich schon sehr bewährt habe. Und das ist im Prinzip richtig und falsch zugleich. Denn nein, das Geschütz wurde nicht aus einem bestehenden Flakgeschütz umgebaut, das ist nicht der Fall. Es wurde neu gebaut. Aber naja, gleichzeitig ja, denn es wurde nicht wirklich neu entwickelt. Es gelingt dem Motel von Rheinmetall ballistisch so sehr, dass man schon von einer sehr direkten Inspiration sprechen muss. Hitler hatte also genau das bekommen, was er im Sommer 1941 gefordert hat. Wir erinnern uns mal an den Anfang dieses kleinen Vortrages. Wir erinnern uns an das Zitat, mit dem er den Einbau einer langen 8,8 in den Tiergeberhaupt angestoßen hatte. Er hat gesagt, Zitat, die 8,8 sei doch im Ursprung für reine Flakzwecke entwickelt. Eine derartige planmäßige Weiterentwicklung auf ein langes Panzergeschütz erscheint möglich und sei zu fordern. Und genau das ist passiert. Die ursprüngliche Flak war nur die Basis, von der aus planmäßig eine Kanone für den Panzerbau weiterentwickelt wurde, mit ganz vielen Eigenheiten. Die Patronen dieser neuen Kanone waren nun sehr groß für die Zeit damals, weil das lange Rohr benutzt wurde, um mit mehr Treibladung eine höhere Geschwindigkeit für das Geschoss zu erreichen. Aber diese Treibladung musste ja auch bewegt werden. Die Treibladung war in der Hülse und musste dann reingewuchtet werden in die Kanone. Diese Patronen, das Ganze ist ja eine Patrone, wurde je nach Typ und Ausführung um die 20 Kilogramm schon. Die Panzergranate 3943 verschoss damit mit der Treibladung ein panzerbrechendes Geschoss von 10 Kilogramm massivem Metall. Das ist schon eine Ansage. Die Sprenggranate trug hingegen ein Kilo TNT oder Armatol in sich und zerriss dann den Kopf, der seinerseits aus 8,4 Kilogramm Metall bestand, in Tausende von Splittern. Es konnten auch Rohrladungen verschossen werden, aber diese Patronen waren nur ein relativ geringer Anteil im Einsatz. Die lassen wir jetzt mal raus. Die Kanone ist mal was, wo kein Mythos zu dekonstruieren ist. Da gibt es keine falsche oder irreleitende Erzählung. Sie stellte einen enormen Durchbruch in Fragen von Durchschlag, Präzision und Reichweite dar, sowohl von der 8,856 des Tigers als auch von der 7,570 des Panthers. Das war ein rundum exzellentes Geschütz. Extrem durchschlagskräftig, super zielgenau, ohne signifikante Mängel. Am Turm findet man hinten seitlich eine große Klappe, mit der Munition eingebracht werden konnte. Was bei diesen großen Patronen eine wirkliche Erleichterung war, weil die sonst wie früher durch die Luke im Turmdach hätten bewegt werden müssen, was echt Arbeit ist bei diesen großen Patronen. Durch diese Öffnung konnte übrigens auch das Geschütz gezogen werden, wenn Reparaturen oder Tausch nötig waren, anstatt dass man gleich den ganzen Turm ziehen musste. Ein schöner Fortschritt. Oben im Dach befand sich die sogenannte Hülsenschleuse. Eine Öffnung, aus der im Gefecht Hülsen ausgeworfen werden konnten, ohne dass man die Turmpanzerung irgendwie kompromittieren musste und ohne dass man immer mehr in Hülsen stand. Ein Druckluftsystem trieb ja, wie gesagt, die Pulvergase nach dem Schuss durchs Rohr nach außen. Ein kleiner Lüfter auf dem Dach saugte zudem die Reste, die es geschafft hatten, in den Turm, aus dem Turm. Ein System mit sehr hoher Effizienz. Das Laufwerk, ähnelt von außen betrachteten Tiger I, ist aber bei genauerem Hinsehen anders aufgebaut. Der Tiger I hatte ein Schachtellaufwerk, wo alles symmetrisch war. Der Tiger II hatte ein Staffellaufwerk. Bei diesem sind auf jeder Seite vier innere und fünf äußere Laufrollenpaare pro Seite zueinander versetzt, also gestaffelt eingebaut. Das hatte Vorteile bei Wartung und Reparatur, führte aber gleich zu neuen Problemen. Denn durch eine ungewollte Schrägstellung, die sich durch das Gewicht des Fahrzeuges ergab, entstanden ungleichmäßige Belastungen der Kurbeln. Also der Königsliga hat quasi sein Laufwerk runtergedrückt und verbogen so ein bisschen. Dadurch wurden die Kettenbolzen krumm und ließen sich nicht mehr wirklich leicht drehen. Und das resultierte in etwas, was man einen hohen Biegewiderstand der Kette nennt. Also man musste die Kette richtig nach vorne schieben, da ging Kraft verloren. Mit anderen Worten, das lief buchstäblich nicht rund und wurde schwergängig dadurch. Die Laufrollen taumelten zudem durch eine axiale Verschiebung so ein bisschen hin und her. Alles Probleme, aber bei allen Problemen, das Ziel des Systems wurde erreicht, nämlich ein akzeptabler Bodendruck. 70 Tonnen Gewicht müssen breit verteilt werden, damit das Fahrzeug nicht ständig einsägt und stecken bleibt, kann man sich ja vorstellen. Je breiter, desto besser. Und das gelang. Beim Königstiger lasten 1,02 Kilogramm pro Quadratzentimeter bei den normalen Ketten auf dem Boden. Das ist ein besserer Bodendruck als beim Tiger 1, der hatte 1,04. Und spielt in der gleichen Liga eines Challenger 0,96 oder eines Merkava 0,97 Jahre und Jahrzehnte später. In amerikanischen Berichten findet man immer wieder Lob dafür, wie wenig die Panther und die Tiger 1 und 2 einsinken, im Gegensatz zu den Shermans, mit den relativ dünnen Ketten, wo das öfter mal passierte. Wobei man natürlich solche Berichte immer kritisch hinterfragen muss, weil die mit einer bestimmten Intention geschrieben wurden. Aber wir nehmen es erstmal so hin. Also, obwohl wir es hier mit dem schwersten eingesetzten Turmpanzern Serienproduktion des gesamten Krieges zu tun hatten, hat der Königstiger durch die breiten und langen Ketten einen sehr weichen Tatzenabdruck, um am Bild zu bleiben. Das ist nicht intuitiv klar so. Mit den deutlich dünneren Verladeketten, die aufgezogen werden mussten, um mit der Bahn fahren zu können, springt der spezifische Bodendruck dann auch sofort auf 1,23 kg pro Quadratzentimeter. Also, dann wird es sofort mehr. Diese Ketten erforderten großes Geschick vom Fahrer, falls sie mal durch einen Notfall im Gelände genutzt werden mussten. Das war dann eine ganz andere Liga. Das Problem, dass Brücken bei 70 Tonnen Gewicht taktische oder sogar operative Hindernisse bildeten, weil man da nicht rüberfahren konnte, ist von der guten Gewichtsverteilung übrigens unbenommen. Die beste Verteilung mindert nicht das Gesamtgewicht. Also, egal wie breit sie sich machen, wenn sie zu schwer sind für die Brücke, dann bricht das Ding durch. Das ist ein spezifisches Problem des Königsligers immer gewesen. Aber technisch gesehen war die Bodendrucklösung sehr ausgefeilt. Als Motor diente wieder der Maibach HL2 30 P30 mit 700 PS. Ein erprobtes Aggregat von 1,3 Tonnen, das vielfach verbaut wurde und vorher schon worden war. Ja, mit nur 10 PS pro Tonne war der Königsliga jetzt am unteren Ende der Beweglichkeitsskala damals angelangt. Richtig. Aber für einen schweren Panzer war das überhaupt nicht ungewöhnlich. Es war nicht absurd untermotorisiert. Der M26 der Amerikaner rollte mit ca. 11 PS ins Gefecht. Der IS-2 der Sowjets ebenfalls mit ca. 11 PS. Der Churchill in den späteren Versionen mit 9,5 PS pro Tonne. Und die britische A-31 Turdys sogar mit 7,5 PS pro Tonne. Dieses Monster ging zwar nie in Serie, war aber dafür vorgesehen. Also nein, der Königstiger war damit mit den 10 PS pro Tonne und gerade für seine Klasse keineswegs absurd untermotorisiert, wie man immer wieder hört. Der Motor verbrauchte rund 500 Liter auf 100 Kilometer Straße und rund 700 Liter auf 100 Kilometer Gelände, laut Henschel. Das Fahrzeug hatte 860 Liter Sprit dabei, konnte also laut Werkspezifikation 170 Kilometer auf der Straße und 120 Kilometer im Gelände fahren. Auch das, es ist eher wenig, aber es ist nicht absurd wenig für die Zeit und für die taktischen Bedarfe des Zweiten Weltkrieges schon mal gleich gar nicht. Wir müssen nicht immer über die riesigen Vorstöße, die wir uns im Kalten Krieg ausgemalt haben, nachdenken. Das waren für die taktischen und operativen Ansätze, mit denen damals geplant wurde, durchaus Reichweiten, die okay waren. Sie waren nicht gut, aber sie waren okay. Die Tanks waren überall im Fahrzeug verteilt. Ein Tank oben hinten im Motorbereich mit 85 Liter. Zwei Tanks links und rechts oben vom Motor mit 290 Liter. Zwei Tanks links und rechts unten vom Motor mit 65 und 89 Liter. Und zwei Tanks links und rechts im Kampfraum unter der Munition mit 340 Liter. Also überall Betriebsstoff. Ein Problem war, dass die Benzinleitungen durch diese Verteilung sehr verzweigt und sehr komplex waren. Insgesamt gab es fast 200 Verbindungen zwischen diesen ganzen Leitungen und Tanks, die viele Undichtigkeiten produziert haben und auch für einige Feuerunfälle gesorgt haben. Daher war im Motorraum auch ein automatisches Feuerlöschsystem installiert. Dieses System arbeitete mit elektronischen Sensoren, die beim Erreichen einer gewissen Temperatur im Innenraum, ich glaube so 160, 170 Grad Celsius, automatisch einen siebensylkündigen Strahl Löschmittel abgaben in den Innenraum, einfach alles zu löschen, was da drin in Brand hätte stehen können. Sankt die Temperatur dann nicht drastisch, wurde der Vorgang einfach wiederholt, bis es soweit war. Der Königstiger hatte acht Gänge und konnte damit bis zu 41,5 kmh erreichen, theoretisch. Ab November 1943 wurde der Motor auf 2500 Umdrehungen begrenzt, was übrigens auch relevant war für die Turmdrehgeschwindigkeit. Die Vmax sank damit nominell auf 35 kmh. Ein weiteres Mal gilt, ja, das ist im unteren Drittel der Zeit, aber erneut nicht absurd wenig. Diese Zahlen sind ohnehin theoretisch, weil Höchstgeschwindigkeiten nicht das Wichtigste sind. Der Königstiger war meist im eher niedrigeren kmh-Bereich unterwegs, aber das war für die damaligen Panzergefechte sowieso typisch. Was allerdings durch das Zusammenspiel von Motor, Getriebe und Gewicht fehlte, war jede Agilität. Es fehlte das, was in der deutschen Übersetzung von Ogorkowits Standardwerk so schön Behändigkeit genannt wird. Es ging dem Fahrzeug komplett ab. Die taktisch so wichtige Beschleunigung, um in eine Feuerstellung zu kommen, um rauszukommen, war ebenfalls sehr begrenzt. Nein, er war nicht unbeweglich, er steckte nicht ständig fest und konnte sich kaum fortbewegen, aber, das muss man auch sagen, er war auch kein bisschen lebhaft zu fahren, wie man vielleicht bei einem Autoreview sagen würde. Er war aber andererseits für den Fahrer relativ komfortabel zu bedienen. Schalt- und Lenkgetriebe waren hochkomplexe Konstruktionen, die einerseits ein sehr ruhiges und bequemes, intuitives Schalten ermöglichten, sie erforderten aber schon die volle Aufmerksamkeit des Fahrers, und zwar auch mit einem Gefechtsstress. Und das ist eine Sache, die kann auch schief gehen. Als das Fahrzeug in die Welt kam, hatte es viele kleine Probleme. Zum Beispiel, ich habe jetzt noch mal ein paar rausgesucht, die Kupplung ist häufig durchgerutscht, hat also nicht so gegriffen, wie sie sollte. Zum Beispiel gab es viele fehlerhafte Dichtungen, haben wir schon darüber gesprochen, gerade bei den Betriebsstoffleitungen. Das unbalancierte Laufwerk mit seinen Schrägstellungen hatte eine sehr schnelle Abnutzung zufolge, das war dieser Kettenbiege-Widerstand. Es gab fehlerhafte oder fehleranfällige Seitenvorgelege, die oftmals kaputt gingen, und noch einige andere Sachen. Besonders die Maybach-Motoren hatten dann, obwohl sie eigentlich erprobt waren, in den Einsätzen doch relativ viele Ausfälle. Und es gab dann einen Untersuchungsausschuss, der wurde von der Panzerkommission gebildet. Die hat bei Maybach vor Ort Motoren untersucht, um die Probleme zu erkennen und abzustellen. Und diese Kommission fand unter anderem Kolbenfresser bei nicht weniger als 23 von 26 untersuchten Motoren. Das ist schon eine krasse Quote. Sie fanden undichte Zylinderkopfe, sie stellten fest, dass es Brände durch Vergaserrückschläge gab und noch vieles mehr. Viele der erkannten Fehler konnten noch abgestellt werden, wenn auch nicht alles. Der Königstiger war aber nicht radikal unzuverlässig. Auch das ist eine Verkürzung und eine Übertreibung. Er hat funktioniert, er hatte aber natürlich, weil er sehr komplex war, auch jede Menge Fehler. Abgesehen von diesen Notfalländerungen wurde das Fahrzeug wie alle deutschen Panzer sowieso ständig verändert und ständig weiterentwickelt. Und die Änderungen wurden auch beim Königstiger in den laufenden Betrieb eingespielt, ohne dass es eine Losunterscheidung gegeben hätte. Das führte dazu, dass Fahrzeuge am Ende der Produktion, also die gerade aus der Halle rollten, anders aussahen, als die, die am gleichen Tag in der gleichen Fabrik in der Mitte oder am Anfang der Produktion standen. Das ist nach heutigen Begriffen eigentlich relativ irres System. Die Änderungen während der Produktion beinhalteten unter anderem folgendes, und jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern nur so als Potpourri, die Befestigung eines, oder die Befestigung von Halterungen für ein 2 Tonnen Behelfskram, so dass die Besatzung leichter schwere Bauteile bewegen konnte, die Motorlüftung erhielten Abdeckplatten aus Metall, um sie gegen Splitter und Bordwaffen, Beschuss von feindlichen Fliegern besser zu sichern, Das Material der Sitze wurde umgestellt, von Leder auf Segeltuch. Also dieser alte Spruch, dass der Tiger nicht an die Front rollt, bevor die Ledersitze da waren, gilt auch hier nur noch bedingt. Es wurden Halterungen für Kettenleder montiert, so dass diese als Ersatz mitgeführt werden konnten. Der ballistische Schutz dieser Konstruktion ist äußerst fragwürdig. Das besprechen wir dann nochmal in der Serie über den Panzerschutz nochmal extra. Aber die psychologische Versicherung, der psychologische Vorteil, dürfte eine große Rolle gespielt haben. Und wie gesagt, das war eine gute Form, um Ersatzkettenleder mitzuführen. Es wurde eine dicke Ladeschützenluke verbaut, es wurde eine Regenabdeckung für die Zieloptik nachgerüstet, das ist ganz spannend. Offenbar gab es Probleme mit Regentropfen, die auf die Zieloptik geklatschten, so dass man da nichts mehr gesehen hat. Die Optik selbst wurde nochmal verändert und die problematischen Kraftstoffleitungen und die, also diese Kraftstoffleitungen wurden neu verlegt und wurden besser verbunden. Also die Verbindungen wurden nochmal erneuert. Es war allerdings noch viel mehr geplant und die Kriegslage wurde bei vielen Ideen offenkundig vollständig ignoriert. Also da wurden in Schreibstuben und Büros fantastische Goldrandlösungen für komplexe Aufgaben gefunden, die in der Apokalypse 1944-45 aber absolut keine Chance auf Verwirklichen. Es gab allerdings im November 1945 eine Shortlist, also eine Prioritätenliste von Verbesserungen, die wirklich entscheidende Auswirkungen auf die Leistung zumindest des Einzelfahrzeugs hätten haben können. Und die stelle ich einmal ganz kurz vor, weil das so der Fokus war. Für den April 1945 war die Einführung eines Entfernungsmessers geplant, also der Einbau eines Geräts, mit dem man die Entfernung zum Ziel messen konnte. Entfernungsmesser waren dann nützlich, wenn das Gefecht über 1000 Meter ging. Warum das? Unter 1000 Meter ist die Geschossladung wegen der großen Treibladung so rasant, also so flach, so gerade, dass das Geschoss praktisch in einer Linie in das Ziel trifft. Also was man durch die Optik sieht, das trifft man auch gerade. Wenn man aber über 1000 Meter treffen wollte, musste man zunehmend mit einer Art Bogenschuss arbeiten, mit dem ballistischen Schießen, um es da hinzukommen, wo man denn hin wollte. Damit das gelingt, muss man aber die Entfernung zum Ziel möglichst genau kennen, um auch wirklich zu treffen. Und je größer die Entfernung ist, desto genauer musste man wissen, wie groß sie ist. Die Entfernung wurde im Zweiten Weltkrieg aber primär geschätzt, beziehungsweise mit Hilfe von Faustformeln und Hilfestellung dann grob errechnet. Das gelang guten Panzersoldaten auch recht gut und schnell, vor allem in erfahrenen Besatzungen. Aber ein Gerät, das ihnen erlaubt hätte, diese Aufgabe leicht und mit großer Präzision zu erledigen, das wäre natürlich Gold gewesen für die Besatzungen damals. Vorhanden war diese technische Lösung, der Entfernungsmesser, schon länger, beispielsweise bei der Artillerie, die ja auch sehr genaue Messungen benötigte, um ein Ziel zu treffen. Bloß in Panzer sind die Geräte bis dahin noch nicht erfolgreich verbaut worden. Das hatte man noch nicht geschafft, damit hatte man sich auch lange erst mal nicht beschäftigt. Dieses Projekt, also den Entfernungsmesser einzubauen, lief in Deutschland schon seit Juni 1943 zwischen den Firmen Zeiss, Leitz, Krupp und dem Heereswaffenamt. Dazu sollte das Dach des Königstigers um 25 mm erhöht werden und der Entfernungsmesser darin in dieser neu entstandenen Höhe verbaut werden. Der Richtschütze sollte dann in der Praxis erst mit einem Blick durch den Entfernungsmesser die korrekte Entfernung messen, feststellen, dann den Kopf runternehmen, durch die Zieloptik blicken, die entsprechenden Einstellungen vornehmen und dann den Schuss lösen, also ein Zwei-Stufen-System, um den Entfernungsmesser einzusetzen. Rein von der optischen Technik wäre damit eine Feuerleitung theoretisch bis über 6 km möglich gewesen. Wo sie allerdings offene Ebenen mit 6 km Schusswert finden, sei mal dahingestellt. Die Installation im Panzer war dann auch letztlich viel schwerer als gedacht. Das war überhaupt nicht so einfach, das einzubauen, sodass der Serienstart im April 1945 auch nie realisiert wurde. Nichtsdestoweniger war bei Kriegsende noch geplant, diese Geräte ab Juli 1945 zu verbauen und die Königsliga dann ab Sommer 1945 damit aufs Gefechtsfeld rollen zu lassen. Ebenfalls für 1945, den April 1945, war die Einführung einer stabilisierten Optik geplant. Die gyroskopische Stabilisierung von Kanonen war in Deutschland bisher nur bis zum Kaliber 3,7 cm testweise erfolgreich durchgeführt worden. Darüber hinaus wurden diese Gyroskopanlagen zu groß und das Problem schien zumindest zu diesem Zeitpunkt technisch noch nicht lösbar. Erfolgversprechend schien daher nur, aber immerhin, die Stabilisierung der Zieloptik, durch die man geguckt hat. Wenn ein Panzer durch das Gelände fährt, treten dabei ja heftige Bewegungen auf. Der Panzer bewegt sich und wenn man dabei durch eine Optik guckt, dann sieht der Richtschütze eigentlich nur hin- und herwackelndes Gelände, ein wildes Hin- und Her- und Runter der Landschaft, konnte aber unmöglich ein Ziel im Blick behalten. Das heißt, man verlor den Feind immer wieder aus dem Auge, wenn man sich bewegte. Wenn das Zielfernrohr aber gyroskopisch entkoppelt werden würde von den Bewegungen des Fahrzeuges, so würde das immerhin die dauernde Beobachtung des Zieles in der Bewegung ermöglichen. Der Panzer müsste zwar weiterhin zum Schuss immer noch stoppen, genau wie vorher, und die Kanone müsste dann immer noch in Position gebracht werden, auf der sie mit der Zieloptik wieder in einer Linie war. Denn moderne Waffennachführanlagen, wie jetzt, gab es damals noch nicht. Aber dennoch wäre der Schießablauf deutlich beschleunigt worden, weil der Feind hier immer im Blick gewesen wäre, der Richtschütze hätte nicht immer wieder den Feind erst neu suchen müssen. Und damit wäre die taktische Übersicht und auch die Überlebensfähigkeit des Panzers deutlich verbessert worden. Also ein in jeder Hinsicht großartiges und wichtiges System. Es gab aber noch einen weiteren Ansatz dazu, diesen Vorgang zu beschleunigen. Ein spezielles Gerät wurde entwickelt, das die Winkelgeschwindigkeit des Rohres messen konnte und einen Abgleich mit der Optik brachte. Das bedeutete, in dem Moment, wo das Kanonenrohr so einschwenkte, dass es mit dem Winkel der Optik gleich stand, wäre der Schuss automatisch gelöst worden. Also das Schießen wäre noch wesentlich schneller gegangen. Der Richtschütze hätte das Ziel nur kurz in der Optik haben müssen, bis das Rohr da ist und dann wäre der Schuss gelöst worden. Diese Kombination, diese Konstruktion wäre ein ausgesprochen modernes Verfahren gewesen, das aber nie verbaut wurde. Und nachdem nun also der Panzerschutz als ausreichend betrachtet wurde und die Feuerkraft optimiert wurde, blieb nur noch die Frage nach der Mobilität. Was konnte man da machen? Und folgerichtig wurde für den August 1945 ein 900 PS Maybach-Einspritzmotor für den Königstiger eingeplant, der dem Königstiger diese so dringend benötige größere Agilität hätte verleihen sollen, diese Behändigkeit und Beschleunigung. Das Aggregat wurde auch fertig, wurde aber serienmäßig nie verbaut. Wären diese Entwicklungen so verbaut worden, so hätte der Königstiger im Prinzip das technische Level erreicht, dass die Panzer später erst im Kalten Krieg erreicht haben und dass die frühe Phase des Kalten Krieges geprägt hätte. Aber hätte und wäre sind hier auch die Schlüsselworte. Nichts von dem, was ich gerade vorgestellt habe, kam auch nur in die Nähe der Serienproduktion. Das sind alles Sachen, die wirklich im Untergang Anfang 1945 bis Frühjahr 1945 in Schreibstuben nur gebaut wurden. Vielen Dank. Vielen Dank.